Anna Adamian, sie verrät den für ihr Baby. Nach mehreren Jahren Kinderwunschbehandlung, sieben erfolglosen Embryotransfers und zwei Fehlgeburten war Anna Adamian. 27, überglücklich, als sie erneut einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt. Am 4. Dezember 2022, noch im ersten Trimester, machte die einstige GNTM-Kandidatin die tollen Neuigkeiten auf Instagram öffentlich. Mittlerweile ist die Autorin in der 21. Schwangerschaftswoche angekommen. Anna gewährt regelmäßig emotionale und sehr offene Einblicke in ihre Ängste, Sorgen und auch übermäßige Freude auf ihren Sohn. Und so teilt sie mit ihren weit über 600. 000-Follower, ihnen auch das von ihrer Schwangerschafts-App errechnete Geburtsdatum in ihrer Instagram-Story. Ihr Baby soll voraussichtlich am 7. August 2023 auf die Welt kommen, für Anna ein Wahnsinnsgefühl, verständlicherweise. Die Fans machen sich große Sorgen um Pietro Lombardi, 30. Der Sänger ist seit einer knappen Woche krank im Bett und hat wie er selbst in einer Instagram-Story verriet in 5 Tagen 10 Kilo verloren, unfreiwillig. Der Ex von Sarah Engels, 30, hat sich offenbar einen üblen Magen-Darm-Virus von seinem Sohn Alessio. 7, eingefangen und isoliert sich derzeit von seiner Verlobten Laura Maria Rüpper. 27, und dem gemeinsamen Söhnchen Leano, der erst im Januar das Licht der Welt erblickte. Ein richtiger und wichtiger Schritt, die beiden sollen sich schließlich nicht anstecken. Doch die Isolation macht Pietro schwer zu schaffen, wie er auf Instagram verriet. Vor allem der Abstand zu meiner Frau und Kindern aktuell wegen der Ansteckungsgefahr zieht mich krass runter. Anführungszeichen. Was ihn wieder aufbaut, vielleicht die Suppe von Lauras Mutter. Schwiegermama in Spee hat den kranken Pietro zumindest magenschonend versorgt. Meine Schwiegermutter hat Laura extra Suppe für mich mitgegeben. Liebe diese Frau. Schreibt Pietro Lombardi dankbar auf Instagram. Wir wünschen gute Besserung. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Pro-Minus der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen, Instagram.com Verwendete Quellen, Instagram.com Vielen Dank.